Nach Krise, Laura Maria Rüpper macht Pietro Liebeserklärung. Sie genießt das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten. Anfang Dezember hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Laura Maria Rüpper, 28, und ihr Verlobter Pietro Lombardi, 31, in einer Krise stecken. Das Paar war sich nämlich auf Social Media entfolgt. Zudem hatte die Content-Creatorin kryptische Zeilen im Netz gepostet. Mittlerweile scheinen die beiden die Krise überwunden zu haben. Anlässlich des Weihnachtsfests teilt Laura jetzt liebevolle Worte für ihre kleine Familie. Auf ihrem Instagram-Account teilt die 28-Jährige jetzt einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie mit Pai, dessen Sohn Alessio, 8, den er mit seiner Ex-Frau Sarah Engels, 31, hat, und ihrem gemeinsamen Nachwuchs Leano kuschelt. An solchen besonderen Tagen, merkt man immer mehr, wie wichtig eine Familie ist und dass man zusammen sein kann. Mein größtes Geschenk sitzt in meinem Herzen, wenn alle aus meiner Familie bei mir sind. In dem Moment werden alle anderen Dinge unwichtig. Diese Liebe, die wir zu den Kindern haben und sie zu uns, ist einfach unbezahlbar, zeigt sich Laura unter dem Beitrag dankbar. Trotz der vermeintlichen Krise halten Laura und Bai weiter an ihren Hochzeitsplänen fest. Doch wann ist es denn endlich soweit? Wir wollten heiraten, wenn Leano etwas älter ist. Damit er alles richtig miterleben kann, verriet die Beauty bereits auf der Social-Media-Plattform. Bis die Hochzeitsglocken läuten, kann es also noch ein wenig dauern, denn Leano noch nicht mal ein Jahr alt.